Hallo und grüß euch. Der erste Advent und schon geht es wieder los mit den Weihnachtsmärkten. Das Jahr neigt sich dem Ende und wir sind hier in Steinau in der Markthalle, wo heute der Weihnachtsmarkt in Steinau eröffnet worden ist. Wir stehen am Stand hier von der Traut-Walkmühle und mein Schutzengel, der wird mich jetzt auf dem Weg über den Markt begleiten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.